Wir setzen uns in den Besitz einer Firma. Man kauft die Aktienmehrheit auf, damit kontrolliert man den Laden. Die Aktion startet um 12.23 Uhr, präzis. Torkontrolle. Und auf welche Gesellschaft bist du aus? Das Magazin du Nord. Gelangen die richtigen Bücher in die Hand der Börse. So fallen die Kurse umgehend und du kriegst die Aktien für einen Fliegenschiss. Gewaltig. Die Kriminalpolizei, bitte. Im Namen der Königin Polizei, wir haben eine Haussuche und durchzuführen das ganze Kontos beschlackt. Und alle hatten wir ins Präsidium gebracht. Vorwärts, fangen wir an. Der Mann muss sofort aus dem Weg. Jawohl, blitzschnell. Und das für immer. Verdammt. Da kommen sie. Die Polizei. Die Polizei. Nichts, bitte. Was machen wir? Egon Olsen. Im Namen der Königin, hiermit verhafte ich sie. Der Mannes ist weg. Der Mannes ist weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017